Peter und ich sitzen hier mit Lukas Nemtschek von Deine Freunde. Da ist nichts naheliegender als ein kurz Schnelli-Schnelli-Interview mit den Titeln der Band. Lukas, wie geht's denn deiner Mutter? Muss ich jetzt auch in Tom-Titeln antworten eigentlich? Du darfst antworten, wie du möchtest. Meiner Mutter geht's manchmal so, wenn ich anrufe, besser. Was isst denn du gerne zum Nachtisch? Ich bin kein Fan von Süßung. Keine Schokolade, gar nichts, gar kein Nachtisch. Wurst, Wurst, Wurst. Wurst zum Nachtisch oder den hier ist es heller vielleicht? Nee, Hack, aber wirklich am liebsten. Hack zum Nachtisch. Ja, super. Das ist wirklich großartig. Wo lauert bei dir Gruselgefahr? Im Flur tatsächlich. Ja, weil ich eine Katze habe zu Hause, Momo heißt die. Und die macht nachts immer, wenn man die Tür zugemacht hat, so Gesänge, als ob so Waisenkinder alleine durchs Haus. Oh Gott. Ja, ganz, ganz groß, dass Lukas Nimschek bei uns ist, im TalkDot. Wir freuen uns.